Hier ist der MyMonk-Podcast, in dem wir auf das Chaos des menschlichen Lebens schauen und über hilfreiche Dinge stolpern. Ich bin Tim, ich freue mich, dass du da bist. Gerade in der letzten Zeit bin ich mehr dazu übergegangen, weniger an meinen Gedanken zu arbeiten und eher zu versuchen, mich von ihnen zu lösen. Das heißt, Selbstkritik, Zweifel, Ängste und Sorgen bewusst wahrzunehmen und auch da sein zu lassen und mich dann zu fragen, okay, was will ich heute jetzt tun, was finde ich sinnvoll? Unabhängig von diesen Gedanken. Also ein bisschen weniger zu grübeln und zu denken und zu zerdenken und mehr zu tun. Ganz aufgehört nachzudenken habe ich aber trotzdem nicht, was dem Podcast hier zuträglich sein könnte. Und wenn man sich schon mit den eigenen Gedanken auseinandersetzt, dann kann es sehr hilfreich sein, wenn wir uns an was Erprobten orientieren können. Und heute geht es um eine ganz bestimmte Denkschule, die ich sehr alltagstauglich und sehr nützlich finde. Und es geht um ein Buch mit dem Titel der tägliche Stoiker, 366 nachdenkliche Betrachtungen über Weisheit, Beharrlichkeit und Lebensstil von Ryan Holiday und Stephen Hanselmann. Und da sind lauter kleine, gut verdauliche Texte drin, die uns helfen, mehr Gelassenheit und innere Ruhe zu entwickeln. BookBeat hat mir als Sponsor erlaubt, ein paar Stellen daraus zu teilen. BookBeat ist eine Hörbuch-Flatrate-App mit 50.000 Hörbüchern, wo du so viel davon hören kannst, wie du magst, wann und wo du willst. Und exklusiv für die MyMonk-Hörer gibt es gerade die Möglichkeit, BookBeat vier Wochen kostenlos zu testen unter bookbeat.de.mymonk B-O-O-K-B-E-A-T.de Ich sage das am Ende auch nochmal. Also dann legen wir gleich mal los mit ein paar Auszügen. Der erste trägt die Überschrift Macht und Entscheidung. Der wichtigste Ansatz der historischen Philosophie ist, zu unterscheiden zwischen dem, was wir verändern können, und dem, was wir nicht verändern können. Worauf wir Einfluss nehmen können und worauf nicht. Wenn ein Flug wegen schlechten Wetters Verspätung hat, nutzt es nichts, Flughafenmitarbeiter zu beschimpfen. Das verändert die Wetterlage nicht. Wie sehr du es dir auch wünschen magst, du wirst nicht größer oder kleiner oder in einem anderen Land geboren. Wie sehr du dich auch bemühst, du kannst niemanden zwingen, dich zu mögen. Darüber hinaus ist die Zeit, die du aufwendest, um dich auf unveränderliche Dinge zu stürzen. Zeit, die du nicht auf Dinge verwenden kannst, die wir verändern können. Eine US-amerikanische Entzugsklinik praktiziert das bekannte Gebet der Gelassenheit. Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge, die ich nicht ändern kann, zu akzeptieren, den Mut, die mir möglichen Dinge zu verändern und die Weisheit, den Unterschied zu erkennen. Abhängige können den Missbrauch, den sie in ihrer Kindheit oft erlitten haben, nicht ändern. Sie können die Entscheidungen, die sie getroffen haben oder den Schmerz, den sie verursacht haben, nicht ungeschehen machen. Aber sie können ihre Zukunft verändern, durch die Kraft, die sie im gegenwärtigen Moment haben. In den Worten Epiktets, sie haben die Macht über die anstehenden Entscheidungen. Dasselbe gilt heute für uns. Wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Teile des Tages wir beeinflussen können und welche nicht, werden wir nicht nur glücklicher sein, sondern einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Menschen haben, die nicht einsehen wollen, dass sie einen Kampf führen, den sie nicht gewinnen können. Teil 2 Definiere deine Absichten Das Gesetz 29 aus dem Buch The 48 Laws of Power von Robert Greene lautet Plane alles ganz bis zum Ende durch. Er schreibt, wenn man etwas bis zum Ende durchplant, wird man nicht von äußeren Umständen aus der Bahn geworfen und man weiß, wann man aufhören muss. Wer weit voraus denkt, kann dem Glück auf die Sprünge helfen und dazu beitragen, die Zukunft selbst zu gestalten. Die zweite Gewohnheit in dem Buch The 7 Habits of Highly Effective People lautet Beginne mit einem gesteckten Ziel. Ein Ziel im Hinterkopf zu haben bedeutet nicht, dass du garantiert dein Ziel erreichen wirst. Kein Stoiker würde eine solche Annahme je tolerieren. Aber kein Ziel zu haben führt mit Sicherheit zu gar nichts. Für die Stoiker sind falsche Vorstellungen nicht nur für Seelenquallen verantwortlich, sondern auch für chaotische und zerrüttete Lebensläufe und ins Leere laufende Handlungen. Wenn deine Bemühungen keinem Zweck dienen oder auf kein Ziel gerichtet sind, wie willst du dann wissen, was du Tag ein, Tag aus tun sollst? Wie willst du wissen, zu was du Nein sagen sollst und zu was Ja? Wie willst du erkennen, wann es reicht, wann du dein Ziel erreicht hast, wann du vom Weg abgekommen bist, wenn du zuvor diese Dinge nicht festgelegt hast? Die Antwort lautet, es wird dir nicht möglich sein und du wärst zum Scheitern verurteilt. Oder schlimmer noch, du würdest durch diese Orientierungslosigkeit in den Wahnsinn getrieben. Teil 3 Was in unserer Macht steht und was nicht Auf die Ereignisse, die heute von außen auf dich zukommen, hast du keinen Einfluss. Ist das beängstigend? Ein wenig. Aber das gleicht sich aus, sobald wir erkennen, dass es an uns liegt, welche Meinung wir über solche Ereignisse haben. Du entscheidest, ob sie gut oder schlecht sind, ob sie gerecht oder ungerecht sind. Du beherrschst die Situation nicht, aber es steht in deiner Macht, wie du darüber denkst. Siehst du, wie das funktioniert? Jede einzelne Sache, die außerhalb deiner Macht liegt, die Außenwelt, andere Menschen, Glück, Karma, was auch immer, hat eine zweite Interpretationsebene, über die du selbst bestimmst. Das allein gibt uns Gestaltungsspielraum und Macht. Das Beste, wenn wir verstehen, was in unserer Macht steht, gewinnen wir eine klare Erkenntnis über die Welt. Alles, was wir haben, ist unser Verstand. Und rufe dir das heute in Erinnerung, wenn du versuchst, deine Fühler nach außen zu strecken, dass es besser und angemessener ist, sie nach innen zu richten. Teil 4 Wenn du nach Beständigkeit suchst Wenn wir an einen Cent-Philosophen denken, sehen wir vor unserem inneren Auge einen Mönch hoch oben in den grünen, abgeschiedenen Bergen oder in einem wunderschönen Tempel auf einer steinigen Klippe. Die Stoiker sind das genaue Gegenteil von dieser Vorstellung. Sie sind vielmehr der Mann auf dem Marktplatz, der Senator im Forum, die tapfere Gattin, die darauf wartet, dass der Soldat von der Schlacht heimkehrt, die Bildhauerin in ihrem Atelier. Dennoch ruht der Stoiker gleichermaßen in sich selbst. Epictet unterstreicht, dass deine innere Ruhe und Beständigkeit aus deinen Entscheidungen und Urteilen resultieren, nicht aus dem, was dich umgibt. Wenn du versuchst, alles zu vermeiden, was deine Gelassenheit stören könnte, andere Menschen, äußere Ereignisse, Stress, wirst du damit keinen Erfolg haben. Deine Probleme werden dich verfolgen, wo immer du gehst und stehst. Aber wenn du danach trachtest, jene schmerzlichen und zerstörerischen Urteile zu meiden, die diese Probleme verursacht haben, wirst du ganz ruhig und gelassen sein, wo immer du dich gerade befindest. Teil 5 Der gute Pfad zur Gelassenheit Rufe dir am Morgen ins Gedächtnis, was in deiner Macht steht und was nicht. Denke daran, dich auf Ersteres und nicht auf Letzteres zu konzentrieren. Erinnere dich am Mittag daran, dass das Einzige, was du wirklich besitzt, deine Fähigkeit ist, Entscheidungen zu treffen. Das ist das Einzige, was man dir nie nehmen kann. Bedenke am Nachmittag, dass dein Schicksal im Gegensatz zu den von dir getroffenen Entscheidungen nicht vollkommen von dir abhängt. Die Welt dreht sich und wir drehen uns mit ihr. In welche Richtung auch immer, zum Guten oder Schlechten. Am Abend erinnere dich noch einmal daran, wie viel außerhalb deiner Macht steht und wo deine Entscheidungen beginnen und enden. Wenn du im Bett liegst, denke daran, dass Schlaf eine Form der Hingabe und des Vertrauens ist und wie leicht er kommt. Und bereite dich vor, morgen den ganzen Zyklus von vorne zu beginnen. Teil 6 Friede bedeutet, seinen Weg zu finden Seneca benutzt in seiner Abhandlung über die Gelassenheit das griechische Wort Euthymia, das er folgendermaßen definiert. An dich selbst zu glauben und zu vertrauen, dass du auf dem richtigen Weg bist, dich nicht abbringen zu lassen, indem du den unzähligen Pfaden derer folgst, die in alle möglichen Richtungen aufbrechen. Es ist diese Gemütsverfassung, die laut Seneca Gelassenheit hervorruft. Wir können nur an uns glauben, wenn wir den Weg klar vor Augen haben. Das soll nicht bedeuten, dass wir uns bei allem immer hundertprozentig sicher sind oder dies sein sollten. Wir brauchen lediglich die Zuversicht, dass wir uns grundsätzlich in die richtige Richtung bewegen. Dass wir uns nicht ständig mit anderen Leuten vergleichen müssen oder alle paar Sekunden unsere Meinungen ändern, je nachdem, ob wir etwas Neues erfahren. Stattdessen finden wir Gelassenheit und Frieden, wenn wir unseren Weg erkennen und ihm treu bleiben, auch wenn hier und da kleine Korrekturen nötig sind. Aber wir sollten die verführerischen Sirenen ignorieren, die uns zu den Klippen locken. Siebtens. Jeder Tag bietet die Gelegenheit, über Dinge nachzudenken. Was soll ich anziehen? Wird ich gemocht? Ernähre ich mich gesund genug? Was steht als nächstes in meinem Leben an? Ist mein Vorgesetzter mit meiner Arbeit zufrieden? Heute wollen wir uns auf das konzentrieren, was direkt vor uns liegt. Wir folgen dem Diktum, das der Trainer der New England Patriots, Bill Belichick, an seine Spiele ausgibt. Macht euren Job. Wie ein Römer, wie ein guter Soldat, wie ein Meister unseres Fachs. Wir dürfen uns nicht von tausend anderen Dingen oder den Angelegenheiten anderer Leute ablenken lassen. Marc Aurel fordert, an jede Aufgabe heranzugehen, als wäre sie die Letzte. Denn so könnte es wahrlich sein. Und selbst wenn es nicht die Letzte ist, hilft es auch nicht weiter, das vor uns Liegende zu vermasseln. Finde Klarheit in der einfachen Aufgabe, heute deine Sache gut zu machen. Achtens. Die Quelle deiner Ängste. Der ängstliche Vater macht sich Sorgen um seine Kinder. Was will er? Eine Welt, die immer sicher ist. Die hektische Reisende, was will sie? Dass das Wetter gut bleibt und der Verkehr sich in Luft auflöst, damit sie ihren Flieger rechtzeitig erreicht. Der nervöse Investor, dass der Markt sich verändert und seine Investitionen sich auszahlen. All diese Szenarien haben eine Gemeinsamkeit. Wie Epiktet es bereits schilderte, geht es darum, etwas zu wollen, was außerhalb unserer Macht steht. Wenn man sich aufregt, sich stresst, nervös, auf- und abläuft, dann sind dies intensive, peinigende und ungewisse Momente, die uns von unserer hilflosesten und unterwürfigsten Seite zeigen. Wir standen auf die Uhr, auf dem Börsenticker, auf die Schlange vor dem Check-in-Schalter. Wir standen in den Himmel. Es ist, als wären wir Teil einer Sekte, die davon überzeugt ist, dass die Schicksalgötter uns nur geben, was wir wollen, wenn wir dafür unsere innere Ruhe opfern. Wenn du merkst, wie sich heute wieder die Ängste in dir aufstauen, dann frage dich, warum verkrampft mein Magen sich so? Wer hat hier das Sagen? Ich oder meine Angst? Und die wichtigste Frage, hilft mir diese Angst überhaupt? Neuntens. Jedem das Seine. Abraham Lincoln konnte gelegentlich Fuchsteufelswild werden. Mal mit einem Untergeordneten, mal mit einem seiner Generäle, ja sogar mal mit einem Freund. Anstatt mit der betreffenden Person alles zu besprechen, schrieb er ihr dann einen langen Brief, formulierte seine Sicht der Dinge, warum der andere die Dinge falsch sah, was er ihnen wissen lassen wollte. Dann faltete Lincoln den Brief und legte ihn in seine Schreibtischschublade. Er schickte diese Briefe nie ab. Nur durch Zufall sind viele davon erhalten geblieben. Lincoln wusste, es ist verführerisch, seinem Gegenüber die Meinung zu sagen. Aber fast immer tut es einem leid danach. Fast immer wünscht man sich, man hätte den Brief nicht abgeschickt. Erinnere dich an das letzte Mal, als du die Fassung verloren hast. Was war das Ergebnis? Hat es irgendwas genutzt? Und zehntens und letztens, kultiviere Gleichgültigkeit, wo andere Leidenschaften hegen. Stell dir vor, wie mächtig du in deinem Leben und in deinen Beziehungen wärst, wenn all die Dinge, mit denen sich andere Menschen beschäftigen, ihre Figur, wie viel Geld sie haben, wie lange sie noch leben werden, wie sie sterben werden, dir nicht so wichtig wären. Wie wäre das, wenn du objektiv, ruhig und bei klarem Verstand bleiben würdest, wenn alle anderen aufgebracht, neidisch, erregt, besitzergreifend oder gierig wären? Kannst du dir das vorstellen? Stell dir vor, wie sich deine Beziehungen am Arbeitsplatz verändern würden oder dein Liebesleben oder deine Freundschaften? Seneca war ein unfassbar reicher, ja sogar berühmter Mann und er war zugleich ein Stoiker. Er besaß viele materielle Werte, doch die Stoiker berichten, dass diese ihm gleichgültig waren. Er genoss die Dinge, solange es sie gab und akzeptierte, dass sie irgendwann vielleicht nicht mehr da sein würden. Um wie viel besser ist eine solche Haltung, als wenn man verzweifelt, stets nur mehr anstrebt oder fürchtet, auch nur einen Cent Verlust zu machen. Gleichgültigkeit ist die beständige Mitte. Es geht nicht darum, Dinge zu vermeiden oder sogar zu verdammen, sondern darum, keinem der möglichen Ereignisse mehr macht oder mehr Vorzüge zuzugestehen, als angemessen. Dies ist gar nicht so einfach umzusetzen, aber was, wenn es dir gelänge? Wie viel entspannter wärst du dann? Ja, sehr, sehr cooles Buch, wirklich sehr cooles Buch. Das waren jetzt nur ein paar Stellen, auch noch zugekürzt, von den 366, die es da drin gibt. Und was ich auch sehr cool fand, ist das folgende Zitat. Man muss den Blick eines Künstlers haben, um zu erkennen, dass das Ende des Lebens vergleichbar ist mit einer reifen Frucht, die vom Baum fällt. So, das war also ein kleiner Ausschnitt. Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der tägliche Stoiker von Ryan Holiday. Und da gibt es unfassbar viele tolle Impulse darin und schöne Erinnerungen, die man sich jeden Tag vor Augen führen kann. Das gesamte Buch kannst du eben auch kostenlos als Hörbuch bei BookBeat hören. Und weitere Tipps, die es dort auch gibt, wenn du dich mit sinnvollen, guten Dingen aufladen willst, der 5-Uhr-Club von Robin Sharma, die 4-Stunden-Arbeitswoche von Tim Ferriss, ein Buch, dem ich echt viel zu verdanken habe, weil mich das auf den Weg gebracht hat, meinen Job zu kündigen und meinen Monk aufzubauen. Auch sehr cool, Rich Dad, Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Und es gibt neben den ganzen Sachbüchen auch super viele Romane und Krimis und ganz viele aktuelle Bestseller. Und es gibt gerade, wie angekündigt, eine Aktion exklusiv für die MyMonk-Hörer, wenn du BookBeat 30 Tage lang komplett kostenlos testen willst und du kannst es jederzeit beenden und du zum Beispiel dieses Buch von heute im Ganzen hören willst, dann kannst du auf bookbeat.de slash mymonk gehen und dich anmelden b-o-o-k-b-e-a-t.de slash mymonk mymonk zusammen geschrieben. Oder du kannst auch einen Code benutzen, wenn du dich manuell anmeldest auf der Website von BookBeat mymonk klein geschrieben, zusammen geschrieben. Und wenn du nach dem Testmonat überzeugt bist, dann kannst du entweder für 9,95 im Monat 25 Stunden pro Monat hören, was du willst oder für 14,95 100 Stunden oder für 19,90 unbegrenzt viel. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und dich neugierig gemacht hat auf dieses Buch und ja, ich sage vielen Dank für deine Zeit. Hab einen schönen, gelassenen Tag und bis bald vielleicht. Ciao.